hallo herzlich willkommen hier zu games ohne gerstensaft teil 52 von dark souls und ich habe es gerade eben in der pause die wir hier zwischen den teilen gerade gemacht haben zu dominik gesagt man fühlt sich wenn man so ein boss getötet hat so anstrengend das ist wie jetzt wenn man so ein hartes training hinter sich hat das ganze adrenalin lässt so langsam nach dass einem durch den schädel rast und dann fühlt man sich so ein bisschen so ob man so wirklich gerade ein paar meilen gerannt ist oder ein paar kilometer aber das wird mich nicht davon abhalten jetzt weiter zu machen so viel kann ich schon mal verraten ritter klaus muss ja noch andere seelen sammeln von von irgendwie zwei drei anderen gegnern oder so genau da sind noch ein paar übrig gott wir haben uns einen kleinen plan gemacht aber den kann ich euch auch während des spiels erklären dass ich habe mir einen kleinen plan gemacht sagen wir mal so und da würde ich sagen springen wir rein ins spiel wir sitzen immer noch hier am leuchtfeuer in dieser kristallhöhle ritter klaus hat sich ein bisschen gemütlich gemacht und da erhebe ich mich jetzt mal von diesem leuchtfeuer und ich habe schon gesagt wir brauchen eigentlich ein neues schild das problem ist keines was ich im inventar habe ist entspricht dem was ich haben will also die meisten die die gut sind sind zu schwer und die nicht so gut sind sind nicht so gut was sagst du mir zu dem kann man jetzt erstmal nicht so entgegensetzen ich wollte ich will ich will zu meinem tollen schmied denn ich will funkel titanit kaufen mit diesen 90.000 seelen nicht alles ausgeben aber denn ich will ein anderes schwert upgraden und dann will ich noch zwei stufen aufsteigen damit dieses schwert auch benutzen kann und dann geht's weiter meinst du schaffst das alles mit einer kohle naja ich hab noch ein paar seelen im gepäck ja stimmt genau dann bist du sagen also muss ich wieder an den ach das muss aber ich kann dir den weg sagen wie du an den vorbeikommst wie da wie du quasi weg rennen kannst und ach so ach gott dann haben wir halt noch ein paar seelen auf dem weg ist ja auch nicht verkehrt aber es dauert ja auch eine weile bis du da vor ich bin ja jetzt noch viel stärker ich habe jetzt hier sieht den schuppenlosen umgehauen und das ohne solche rettenden säulen hier übrigens die sind wieder aufgebaut hat er in der ja ich war schon wieder die waren wieder fleißig in bauarbeiter so habe ich schon mal gesagt übrigens dass diese ritter hier dass sie verschwinden wenn du sie mit den dicken hupen da kaputt haust aber jetzt hast du mir gesagt und ich will aber nicht mit den dicken hallo das letzte schöne dieser 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 verkorksten welt ja aber das sind die ritter weg ja und die geben ja auch immer gut seelen ist jetzt nicht so dass die nicht ordentlich seelen geben also ich meine wenn die dann nicht mehr da sind klar dann ist es natürlich doch aber dann ist krieg ich auch nicht mehr so viele seelen und außerdem wie gesagt ganz ehrlich das ist wirklich das letzte schöne in dieser welt und ich will es kaputt machen ja was ist der klaus ein ehrenmann der tötet keine frauen selbst wenn sie acht mal so groß sind wie er ich glaube die erstickt mich mit ihren brüsten der schlägt mich mit der brust ist so groß wie ritter klaus ja wie kann die sich da wie sagt man sagt kann sich die kennt sich in der so dazwischen stecken und dann läuft es damit rum und das finde ich das wäre auch ein schöner schöner tod so dann zu sterben dann wird er drückt davon ja das wäre ein schöner tod ein skr aus der raust so hier kollege ich will was verkaufen von der und zwar hier wir kaufen erst mal drei stück haben wir sechs dann verstärken wir diese waffe und zwar gehen nur die 1 2 das war mir klar drei dann ist es auf plus vier das ist erstmal auch ganz okay wie viel wie viel schaden machen wir jetzt ja ja ist okay weil haben wir erst mal das ist eigentlich ganz gut ich kann es ja mal wechseln jetzt wenn du die nehmen noch mal zurück kurz wenn du jetzt deine andere waffe auswählst kannst du es gleich vergleichen ach so ja dann siehst du ja hier so weil ich habe die attribute aber zweimal y bitte ach so das ist ja gut und nicht dann kannst du nicht dann siehst du quasi dabei rechte handwaffe 1 ich habe die attribute noch nicht weil ich brauche noch die 32 stärke ich habe nur 30 aber da ich das ja noch muss er aufsteigen genau muss ich noch aufsteigen natürlich vorher machen können das war natürlich richtig aber ich wusste jetzt nicht wie viel funkelti dann ich brauche aber du wusstest ja dass du schon zweimal aufsteigen muss das ist richtig das ist so sehr gut erkannt ich war hätte ich mal das nicht erst jetzt erklären hier captain heinz hat wärst du vorher aufgestiegen hätte ich jetzt noch mal die gegner töten ja ja ist mir schon klar captain ein zeit gibt noch viel danke ach ja an dem achten wir sind die gar nicht wieder da aber wenn ich jetzt raste sind sie ja egal und du musst sogar noch mal reisen wenn du nochmals geistig level 70 so jetzt kann sie ja mal gucken hier mal kuchen was sie war für so jetzt effektiv macht egal dann reise ich halt noch die seelen ins gepäck getan achtung man zwar ist ja noch oder einmal ja und 30 aber ist noch nicht komplett abgegradet aber 500 ist schon okay und wenn ich jetzt noch weiterhin nur noch in stärke pumpe vielleicht ab und zu noch mal in ausdauer dann sieht das ganz gut aus dann werden wir ihn jetzt nämlich mal hier und da kannst du diese coole mach mal hier im schweren angriff also zweimal hintereinander wie zwei miteinander schwere angriff ich glaube ja eine klatsch dann war es sehr leicht das ist dieser hier oder hinzu haut und noch mal man ist gar nicht das ist das vielleicht wenn du sprung angriff das meinst du ne wurde dann wenn du noch mal drückst dass er das hoch zieht das ist die schwarze auch ab und zu machen ich muss das ist vielleicht muss ich das haben ein sprung angriff nach vorne und da er den schweren ich bin das nur die große ich habe das ist ach zwei händisch genau das ding war das meine ich genau genau zwei händisch das ist fett da geht mir mein kompletter fast mein kompletter ausdauerbalken ist dann im arsch aber sieht cool aus das stimmt und der leichte angriff ist okay das ding sieht schon gemein aus muss man gleich müssen wir gleich mal ausprobieren ein drachen am besten weil es ja drachendöte schnell ja das stimmt so jetzt reisen wir noch mal weil jetzt weil es so schön war ja erst ist das und nee ich hole ich mir noch mal dreimal funkeltitalit und ich habe ja noch ein paar 4.000 säen oder so könnten sogar noch die anderen platten machen dann würden wir 6.000 wir haben fast wieder ein funkeltitalin dann machen wir das weil da probiere ich gleich mal meine waffe aus natürlich mal gucken ob du mit der geschwindigkeit klarkommst weil die ist jetzt deutlich langsamer ich weiß ich meine die ist deutlich langsamer aber sie haut halt auch naja so deutlicher nicht aber dieser fahrschule bin ich treu noch nicht bald und dann siehst du quasi auch was effektiv eine scalingstufe ausmachen von c auf b ich finde es erstmal schon wie sie erstmal schon cool aus das sieht schon das sieht schon aus weisse die leute wissen hier kommt ritter klaus ja wir brauchen nicht nur noch ein geiles schild weil wir sind immer noch mit dem anfangsschild übrigens das ist das anfangsschild ja weil es gut ist das ist mein start schild aber das macht er auch 100 für 100 prozent physischen schaden blockt das ja genau wenn du dich an unsere dark souls 2-session erinnerst wo es gibt ganz wenige schilder die 100 prozent dort blocken genau wo man am anfang wirklich rumgräbelst mit einem 70 oder 60 prozent physischen schadenschild das ist schon nicht so schön ja okay an die geschwindigkeit muss ich mich echt gewöhnen ja das ist halt ein ultra großschwert für mich ist nicht alles täuscht aber ja ist okay sind drei schläge ja gut das andere auch gemacht aber erst mal den da oben bevor wir den anderen nehmen weil dann sind wir ansonsten geschießt er uns mit diesen riesigen dieser riesigen feilen na deine eigene medizin schmecken die das gefällt dir nicht ich weiß ob da ganz schön flott okay da hab ich jetzt also zwei händige zwei schläge krass okay funkel titaniert wir wollten es wieder kaufen aber ich finde das geil wie er das so dieses riesige schwer zur schulter das sieht schon cool aus er muss einen arm haben der kollege das ist ja nicht leicht weißt du so ein ding das liegt ja auch eine ganze menge und der weg das schreckt das so locker flock ich die ganze zeit so auf dem arm ja wenn der muss abdrück auf der schulter haben das ist und er muss auch riechen wir haben uns ja noch nie gewaschen ne stimmt seit wir aufgebrochen sind aus dem asylum und ich will nicht wissen wie lange er sich vorher nicht getuscht hat er muss ja wir müssen ja stinken ja 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 aber gegen ihn hier sind wir wahrscheinlich trotzdem noch so eine rosenwiese ach wir sind dumm richtig doof ich hätte vorher mal die seelen weil wenn ich mir drei kaufen würden wie viele brauchst du denn 24.000 und dann noch mal 2000 zum aufsteigen aber das sollte was zum aufsteigen zum schmieden an sich schmieden aber ist das schon gegenstand kaufen ich mag das dass man davon geht es nicht gut so war für verstärken ich brauche vier das kann sein das habe ich nicht mehr ach so dachte mit einem schlag auch wieder dieses dämonen später habe ich jetzt um drei stück schon das verkaufen ist und das ist das was mich so stört was denn das ist das spiel ich brauche schilder die bessere solche blitzsachen weißt du also ja sowas sowas stört mich halt ich sag nur kristallschild du mit deinem kristallschild das ist uns vertreter für kristallschilder oder was das ist das ist erraten ja aber das ist echt das ist das schönste schwert der welt also das kann man mit dem monen titanit also weil das guck mal das hat ja auch noch diesen klar diesen schaden das ist jetzt gar nicht mal so scheiße ist das jetzt aus wenn du überlegst 242 basis also nicht auch jetzt können glaube ich auch die wenigsten was dagegen machen wäre jetzt auch eine idee aber egal aber blitzwaffen scale nicht habe ich gehört ach so naja gut klar weil die stärke das wäre sonst das wäre das wäre schon ganz krass übermächtig ich habe auch die seelen von den bossen da ich mir keine waffen damit schmieden werde wahrscheinlich warum eigentlich nicht weiß ich nicht gibt es eine geile waffe also dieses es gibt so ein cooles was so mit quillax hier quillax furien schwert oder so heißt das ok das ist eigentlich ganz cool das macht so feuer und je mehr menschlichkeit du hast desto mehr wert als höhere werte hat das so und du bist halt das ist halt das liegt schnell zu relativ das ist so katana style mäßig gut aus auch glaube ich in katana und das herzustellen ja wir gehen erst mal zurück zum leuchtfeuer und dann wo gehen wir endlich jetzt ja wofür das abenteuer von klaus jetzt eigentlich ja also du solltest du nicht unterwegs machen von dem soll sich erschlagen warte mal ich weiß gar nicht wer jetzt noch diese diese letzten seelen da gibt aber auf jeden fall glaube ich musst du ins grab mal der riesen wenn mich nicht alles täuscht und da ich muss ich glaube ich glaube du musst jetzt durch die katakomben da am friedhof lang was ist eigentlich diese lavawelt muss man da noch hin was ist schlimmer was meinst du mit schlimmer schwieriger schwieriger ich glaube schwieriger ist für den anfang ich würde sagen die katakomben sind schon anstrengend weil da halt am anfang diese skelette sind die immer wieder kommen wenn du die magier nicht tötest und das kann schon ziemlich nerven auf alles klar aber diese lavawelt ist auch nicht so ohne na gut dann machen wir es dann kommen hier dann feuerbahn schreien skelette ich kann ja mal gucken wie du die jetzt vertritt und wenn das ordentlich ist dann kannst du es ja mal versuchen skeletten bitches so zum feuerbahn schreien also das geht auf den friedhof runter ja genau und dann geht es in die katakombe der katakomben und dann ist dann ne es geht eigentlich es geht also im grab mal der riesen was ein arsch finster okay aber die katakomben die gehen eigentlich das ist halt nervig weil die ganzen skelette dann immer wieder aufstehen der ist immer noch nicht los jetzt habe ich auch so ein großes schwert wie du das machen wir einen schwanz vergleichen immer noch nächstes immer noch reißen noch mal ein leuchtfeuer dann kriegst du jetzt man sich ja ich weiß mache ich auch gleich noch aber ich wollte noch gucken vielleicht gibt es hier irgendwelche neuen sachen du kannst auch mal deine pyramatilflamme aufbessern ja aber ich habe jetzt nicht genug seelen so der kollege ist immer noch so eine millionen seelen to go eine million eine millionen seelen to go habe ich circa framt ist ja weg framt hat sich wieder verdrückt weil ich mit seinem kumpel gesprochen habe ja und nehme ich mal so was machst du sage ich hier noch irgendwelche leute nein gut ich habe was geguckt vielleicht gibt es hier irgendjemand hier warte mal der loben der ist jetzt in dieser komischen bibliothek da hat er gesagt haben wir da im archiv glaube ich ich gucke ob es hier vielleicht noch irgendwelche sachen gibt es mit ihm hier auch hier hallo schwingen und tag gut alles klar dann hast du eigentlich wo du kannst noch mal zu ach so deine feuerhütter also schon gemacht habe ich schon gemacht bin ich hast du noch eine bekommen dann geht es los auf die katakomben auf in die katakomben hat das wird lustig okay alles klar auf in die katakomben hier darf ich eigentlich reinfallen ich glaube ich weiß es nicht ich glaube es kann sein wenn du darunter hopst dass du dann auch wieder an diesem altar herauskommt es einfach so alles ohne animation aber ich weiß nicht okay das gelebt das genau ihr bastelt euch doch zusammen tschüss das sollte jetzt gehen die sind keine gegner ihr seid jetzt gar kein gegner gerade ihr seid echt kanonenfutter also in der masse würde ich hier auch nicht unterschätzen das stimmt weil die sind flink die sind was ist mit dir hier du bist doch ein großer kompil dem so und tschüss hier gibt es übrigens da hinten was du das gerade gesehen hast das item ich hab noch ein alt ja ist erstmal die gang cool entgegen jungs es doch mal was das war kein direkter treffer da rechts das ist eines der wertlosen items finde ich okay wobei ich hab's ab und zu mal genutzt muss ich sagen aber die die handhabung ist einfach mal scheiße ein fernglas ja das ist schon geil kannst du es zum beispiel x drücken ja das bringt mir extrem viel das ist gut ne geil guck mal ich sehe gar nichts ich sehe nur vermatschte texture ja ist das dumm und das dauert stundenlang bis das ausgerüstet hast du direkt gelegt und sowas ist weg mit dir eigentlich wird es ist der bogen der so und glaube ich genauso nach ran ja dann lieber der bogen weil da kann ich so und noch schießen ach so aber da soll ich nicht noch welche jetzt nicht mehr lang eigentlich hier rechts hier bastelt euch doch zusammen zwei auf einen streich ja oder klaus macht wort hier geht's jetzt oh gott jetzt hat man eigentlich noch sieben minuten ein bisschen was sehen wir euch hier wird es jetzt kurz ein bisschen finsterer aber es ist echt gruselig um hier ekelliche gegner ja sie gespinnen nein und spaß nein es war nur spaß also das war was ist das damit spaß das nur uns genutzt und das sind diese köpfe du erinnerst dich aus loilondo du hast diesen schlag geblockt was bist denn du für ein penner muss aufpassen wenn die schädel sich aufladen dann machen die zehn die weißen augen die es hat ja das lustige ist dass sie ja ja da steht er wieder als wäre ich warum ja das lustige ist dass sie sich explodieren schädel auch die gegner mit töten auch das ist gut aber und jetzt wieder da kommt immer wieder bist du sein magier kollege meister ausgeknüppelt hast und das erkennst du halt daran dass sie so leuchtende augen haben das heißt wenn die nicht mehr leuchten dann ist feiern für sie also komplett kompiert durch die tür durch gesetzliche wixer jetzt am arsch geht es hier so und wo ist hier der magier ja hier noch nicht ich würde das klar von ihr items auch gottes kinderleicht ist das ist kaputt hier wenn du hier nach links gehst links bei hübser nicht weiter ich muss mal du hast mal kurz jetzt habe ich natürlich ich sage in der masse sind die ganze lachs jetzt habe ich natürlich was angerichtet wo hier links da wenn du jetzt nicht zurück aber da war doch nichts links so rechts scheiße der reißen sie die kuhlige die Ehe gemacht Sprungangriff oder was er sagt ja das ist eigentlich die glücksten die Gehörer ist wahrscheinlich berottet das ist nicht so er ist hier scharf links und da unten ist der vore zauber gewesen es musste die quasi nur noch einmal okay alles klar alles klar alles klar kraft kraft kommt mal alle kommt mal nacheinander bitte jetzt diese augen die augen dunkel sind dann hast du die meister also man muss den meister umbringen ist ja keine variante die irgendwie okay alles klar ich weiß gar nicht was passiert vielleicht wenn du sie irgendwie von der schlucht runter schmeißt oder so wobei auch nicht hier gibt es keine schlucht die sind endlich geführt ja leuchtet feuer sind sehr gut leuchtet feuer am leuchtet feuer ich aber mal da ich ja irgendwann wahrscheinlich hier wiederkommen ich entfache es mal aber das bräuchte menschlichkeit menschlichkeit benutzen ich hab so wenig menschlichkeit was denn hier los leuchtfeuer fach weil jetzt hat ja nur fünf ich weiß ich kann ja jetzt nicht keine 20 kriegen weil ich das stimmt noch nicht wenn du hier durch das level durch bist dann kannst du ganz quasi immer in fünfer schlug auf links übrigens er guck mal da hier rechts und die wand verbleiben grup ganz viele kräfte aus die griechen sogar wenn ungefähr der hingekriegst dass es immer wird es super ich war mit dieser aber der typ kommt ja nicht zum glück nicht wieder also wenn du bist kannst du die musste die typen wieder machen aber halt nur einmal ist gut ich gar nicht so schön das hübsch aus da drüben wichser laterne komme ich zudem also fernwaffen sind hier auch von super habe ich keine mitgenommen im nächsten teil ich habe glaube ich noch irgendwo also bringt ja auch nur was er die bisschen aufgebaut hast soll so ein einfacher dings macht er nicht viel sonst muss er halt jetzt immer hinrennen das ist jetzt quasi dann eine masche hier immer zu diesen typen zu diesem magier typen also habe ich nicht gesehen weil die haben noch die leuchtenden augen und er will natürlich nicht gehauen werden das ist er will es mir jetzt mal wirklich vollkommen wo wir sind doch ich glaube ich las für dich das licht an auch wenn es mir zu hell ist ich bin geneigt hier das ganze erstmal noch mal wieder zurück zu gehen weil wir jetzt noch nicht so viel zeit mehr haben also hallo ich bin der neue nachbar hier ich möchte gerne zucker bogen nee dann gehen wir nämlich jetzt hier weißt du dann gehen wir zurück mit rasten natürlich nicht am leuchtfeuer ich bin ja nicht bescheuert also doch manchmal aber sondern wir gehen hier wo nicht getroffen werden können und dann machen wir jetzt stopp das können wir machen dann gehen wir weiter in die katakomben ja die gar nicht so dunkel sind ich gedacht hatte eigentlich nicht diesen ganz okay so dann gehen wir hier raus ja gut liebe freunde am anfang war es ein bisschen da hat sich auch der timer gemeldet am anfang war es ein bisschen lahm aber wir haben ja die haben eine neue waffe und jetzt geht es in die katakomben was uns da erwartet sind irgendwelche typen die zaubern können mit feuer und hoffentlich keine spinnen ja wer weiß das schon keine spinnen ich habe mir übrigens sagen lassen noch schnell bei Dark Souls 2 gibt es ein level das sind nur spinnen der riesige endgegner ist eine riesige eklige spinne habe ich noch nicht gesehen nur spinnen und und es ist euch das allerwiderlichste also vielleicht müssen wir es doch mal spielen hier das ist alles da musst du spielen das ist wirklich so ich finde das ja genauso eklig es ist und spinnen und diese käfer alter so riesige kakerlaken egal beim nächsten mal teil 53 dann erkunden weiter die katakomben was dafür eklige sachen erwarten seht ihr dann ansonsten hier immer schön fleißig liken und kommentieren bis dahin verbleibe ich mit einem fröhlichen bleibt nicht zu nüchtern